hey leute und willkommen zurück zu let's play wo w mit unserem paladin ja das abenteuer geht weiter ihr seht es wir sind immer noch in der gleichen aufnahme session ich muss und dann werden wir mal gleich hier durch stand ich habe und zwar in zu einer instanz angemeldet aber das dauert mal wieder ewigkeiten auf ihn bis sie will gar keiner rein wir bleiben einfach mal drin in der warteschleife ansonsten questen war halt ist ja auch nicht schlimm den drachen müssen uns auch irgendwie genau kriegen wir gleich mal gucken ich habe kein ziel und noch mal schnell auf oder schon kommen hierher kommst du hier mit her geflogen hier bekommst du hin sehr schön machen wir dich mal kurz nieder machen wir dich das ist doch immer ein foto wert ein schönes ist nicht schön so ein paar fotos gemacht sehr schön so und jetzt hast du deine chance uns zu töten hast es nicht geschafft also töten wir dich und sie kamerlich sehr schön haben wir wieder auf mountain so wir brauchen dich wir brauchen dich mit und ich spotten uns auch dazu zack ich weiß gar nicht wo die anderen sind den haben wir getötet haben wir mal gucken wo sich die anderen treiben wir müssen glaube ich auch hier oben sein ist das so annehmen brauchen wir noch nicht da müssen wir mal aufmauten gucken wo sich die rumtreiben da war auf der anderen seite ist auch was ich brauche mal noch kommen wir mit na gut da kommt nicht mit dann holen wir euch erst noch mal vier stück das ist okay an der zack sind immer noch ein paar dinge so nach und brechen was ab dann festen war ist auch okay ich brauche ein ziel zack haben und haben wir sehr schön dann können wir aufmauten nach du kommst auch noch kommen also sehen wir dich auch noch schnell den haben wir ja schon die anderen hässlichen viecher sind die sind glaube ich die unten da kommen ja noch mal du kommst noch mal hier ran glaube ich da müssen wir die katakomben für wie die anderen sachen da müssen wir gleich mal rein gucken wo ist denn könnte der denn sein mal da fliegen wir da mal hin da oben könnte einer noch sein das ist hier so verwinkelt doch das ist hier den brauchen wir ich brauche ein ziel sehr schön so dann fliegen wir zu denen der müsste da auch sein das ist er hier da kommen dann immer keine gefolgsmanerleichen mit in den tod zack so sehr schön dann haben wir uns mal wieder einmal gelaufen die laufen wir weg sind die bitte töte uns nicht aber kommen dann wieder noch einmal ich kann das nicht angreifen ich habe kein ziel das ist auch noch eine aufgabe wenn ich jetzt könnt ihr aber langsamer sterben ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel das ist der müsste bestimmt hier drin sein oder 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 er hat er ist hier drin oder wo ist er oder vor der bestimmt gerade getötet oder kommt da wieder kommt da nicht wieder und sonst nehmen wir erstmal kurz weitermachen bevor er nicht wieder kommt auch 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 er ist klar dann können wir noch kurz rein gucken ob er wieder kommt so irgendwie kommt er nicht wieder an gehen wir erst auf die andere kreis so doch jetzt ist er da dann muss man mit speed rein fliegen dass wir es auch schaffen so brauchen wir uns nämlich nicht durch kämpfen und speed haben wir doch nicht geschafft ok ach dann kommt mit nun machen wir das halt so bringt ja alles erfahrungspunkte sagt er ist es auch gleich besiegt ich habe kein so schön ja ist klar für uns auch noch ein so zack jetzt geht die zeit darunter und da ist die königin ich bin außer reichweite überlasst mir eure seelen auf dass ich den feind vernichtet ich glaube wenn wir die ganzen aufgaben abgeben dann müssten auch heute noch level 70 schaffen in dieser letzten folge ok wenn du das so sagst ich brauche ein ziel oder dich könig noch nicht im rom für euch habe ich andere pläne im turm utgard nützt wir mir mehr und wenn das ungeziefer lange genug lebt um euch erneut zu finden könnt ihr auch eure frau rächen mhm hater ist der alte schlingel der so aufmauten dann fliegen wir jetzt mal in die katakomben da müsste eigentlich der Rest sein von dem was wir hier machen müssen hier oben ist nix das müsste alles unten sein jetzt der Rest gucken wir gleich mal so ja da ist doch schon sowas was wir brauchen zack ich habe sie sehr schön ich kann dieses ziel nicht angreifen ich kann dieses ziel nicht angreifen wie denn ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich brauch die haben was gedroppt um das man die kat zerstören kann nochmal koppeln ich brauche ein ziel genau zack er ist da ich muss näher ran Zweiter, der dritte, und das ist Nummer vier. Ich bin außer Reichweite, da ist dann noch fünf von der Baum und noch zwei von den, oder drei, besser gesagt, einen nur, so, warten wir hier nochmal kurz, das ist auch für mich. Das zählt. Sehr schön. Na komm, da komm, mit halt. Zack, so, zack. Zack, haben wir. So. Erledigt. Ach, du kommst auch noch, haben wir sonst irgendeine Aufgabe noch? Ne. Kann ich mich ja schon auf einen Rückweg machen. Ich brauche ein, sehr schön, haben wir. So, dann schnell noch aufmountain. Schnell hier raus, wieder kommen. Gleich aufmountain und dann können wir die Aufgaben abgeben und dann werden wir bestimmt Level 70. Bestimmt. So, und runter da. Fliegen wir mal zur Westwacht wieder. Gucken, auf der Plattform müssen wir rufen. Okay. Hätten wir den noch so beschwören können. Egal. Mal gucken, was jetzt in der Westwacht passiert. Wie viel Erfahrungspunkte wir kriegen. Eigentlich müsste es vielleicht ganz knapp für Level 70 reichen. Wie viel sind es denn noch? Na ja, gut. 50.000. Fast 60.000. 58.000 brauchen wir. Na ja, gucken wir mal. Es wird echt eng. Na gut. Fünf Aufgaben müssten es sein. Ah ja. Müsste wenn es auch 15.000 gibt, müsste es eigentlich hinkommen. Wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. So. Gucken wir mal, was der Hauptmann sagt. Uh, hängt fest. Hängt immer noch fest. So. Guten Tag. Da sind wir wieder. Auf geht was. Mhm. Schönen Tag auf. Seid gegrüßt. Immer nie mit. Seid vorsichtig. Lust am Glas. Überhaupt man jetzt. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Aber Level 70 mit erreicht. Was haben wir jetzt. Uh. Einen neuen DC. Machen wir hier mit hin. Fahrt mit euch. Da haben wir keine weitere Aufgabe von euch bekommen. Ist ja schwach. Gut. Oh. Klar sagen können wir jetzt auch. Gekonntes Reiten auch. Sehr schön. So Leute. Wir haben Level 70 erreicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Level 71, 72. Ihr wisst es. Schaltet wieder nächste Woche rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Tschüss.